Grüezi miteinander! Und schon geht es mit dem zweiten Bundesland Deutschlands weiter. Und zwar mit einem einzigartigen, aus vielen verschiedenen Gründen. Die freie Hansestadt Bremen ist nur schon mit seinen zwei Städten einzigartig. Drei der 16 deutschen Bundesländer sind Stadtstaaten. Das betrifft Hamburg, Berlin und eben Bremen. Und nur schon hier ist Bremen eine Ausnahme. Bremen besteht nämlich aus zwei Städten. Deswegen spricht man auch vom Zwei-Städte-Staat Bremen. Bevor wir uns das genauer ansehen, was wir müssen, um überhaupt trennen zu können, welcher Begriff was umschreibt, ist erst einmal wichtig, ein Stadtstaat, also Berlin, Hamburg oder Bremen, unterscheidet sich kaum von einem Flächenstaat. Einige Bezeichnungen sind anders, zum Beispiel regieren in Flächenstaaten Ministerpräsidenten, in Bremen ein Bürgermeister. Einen wichtigen rechtlichen Unterschied finden wir im Finanzausgleichsgesetz. Die drei Stadtstaaten werden in der Berechnung, wer wie viel Geld erhält, den Flächenstaaten gegenüber bevorzugt, weil sie höhere Pro-Kopf-Ausgaben haben. Ansonsten sind diese Stadtstaaten genauso autonome Teile der Bundesrepublik Deutschland und eigenständige Bundesländer. Wie vorhin angesprochen, besteht Bremen im Gegensatz zu Hamburg und Berlin aus zwei Städten. Und wir müssen erst einmal die Begrifflichkeiten klären, weil das etwas kompliziert sein kann. Das Bundesland nennt sich Freie Hansestadt Bremen. Und diese Freie Hansestadt Bremen besteht aus zwei Stadtgemeinden, Bremen und Bremer Hafen. Diese zwei Städte bestehen aus mindestens zwei Teilen, das mindestens wird gleich klar. Die Stadt Bremen befindet sich mitten in Niedersachsen. Etwa 60 Kilometer nördlich davon, an der Nordsee, liegt Bremer Hafen bzw. wieder Bremen. Denn das stadtbremische Überseehafengebiet gehört zur Stadtgemeinde Bremen. Der Rest zu Bremer Hafen. Im Falle von Bremer Hafen haben wir im Nordosten noch eine Exklave, die auf Karten nahezu nie sichtbar ist, weil es nur ein winziger Streifen Land ist, der das nordöstlichste Eck vom Rest abtrennt. Und auch im Norden von Bremen haben wir eine winzige Exklave, die man auf Karten ebenfalls nicht sieht. Deswegen könnte man sich darüber streiten, ob die Freie Hansestadt Bremen, deren Teile durch die Weser verbunden sind, aus zwei oder eben drei oder vier Teilen besteht. Eben wegen dieser winzigen Exklaven. Das darf aber jeder selber entscheiden. Auf diesem Wissen um diese zwei Gebiete bauen wir nun auf. Zwischen dem 1. und 8. Jahrhundert entstanden auf dem Gebiet des heutigen Bremens die ersten Siedlungen. Dieses Gebiet bot sich vor allem deshalb an, da man auf der etwa 20 bis 30 Kilometer langen Bremer Düne einerseits Schutz vor Hochwasser hatte, andererseits einfachen Zugang zur Weser. Im Jahr 780 entsendete Karl der Große den Priester Willehat in das heidnische Wigmodien. Wigmodien gehörte zu Sachsen. Und im Zentrum dieses Wigmodiens lag Bremen. Zwei Jahre später, 782, wurde Bremen erstmals schriftlich erwähnt. Und nur fünf Jahre später wurde Bremen zum Bischofssitz. In den darauffolgenden Jahrhunderten erhielt Bremen die ersten Ansätze von Selbstständigkeit. Beispielsweise das Marktprivileg durch König Arnulf 888-965, das Marktrecht mit Marktzoll, Münzrecht und Marktgericht von Kaiser Otto I. Auf das Jahr 1303 geht die Aufzeichnung des ersten bremischen Stadtrechts zurück. Der wohl wichtigste und nachhaltigste Grundstein für die Eigenständigkeit Bremens wurde 1186 gesetzt. In der Barbarossa-Urkunde von Kaiser Friedrich I. werden die Anfänge eines eigenen Stadtrechts gesichert. Vor allem wichtig, wer ein Jahr in Bremen gelebt hat, gilt als frei und ist keinem Landesherren ausserhalb Bremens mehr untertan. Wir haben somit den rechtlichen Ausgangspunkt der Selbstständigkeit Bremens. Bevor diese rechtlichen Aspekte aber weiter ausgebaut wurden, folgte 1358 das Fundament des wirtschaftlichen Aufschwungs. In diesem Jahr wurde Bremen Mitglied der Hanse. Damit erklärt sich auch die Bezeichnung «Freie Hansestadt». Nur, was war die Hanse? Die Hanse war ein wirtschaftlicher Bund von Städten in Nord- und Osteuropa. In ihrer Blütezeit erstreckten sich die Mitglieder der Hanse über ganz Nordeuropa bis weit in den Osten nach Estland. Dieses mächtige Wirtschaftsbündnis bestimmte über Jahrhunderte die Geschicke Nord- und Nordosteuropas. Der zunehmende Einfluss grösserer Regionen und Staaten drängte die Bedeutung der überregionalen Hanse zunehmend zurück. Der Dreissigjährige Krieg im 17. Jahrhundert und die Reformation besiegelten den endgültigen Niedergang der einst mächtigen Hanse. 1669 fand in Lübeck der letzte Hansetag der historischen Hansestadt. Zwischen dem ersten Hansetag von 1356 und dem letzten gehörten die Hansestädte zu den wirtschaftlichen Grössen Europas. Darunter natürlich auch unser Bremen. Hanse ist übrigens Althochdeutsch und bedeutet in etwa Kriegerschar oder Gefolge. Zurück zur rechtlichen Eigen- und Selbstständigkeit Bremens. Ein enorm wichtiger Schritt hängt mit einem Österreicher zusammen. 1646 erhielt Bremen vom Habsburger Kaiser Ferdinand III. das Linzer Diplom. Mit diesem Dokument wurde Bremen zur unmittelbaren freien Reichsstadt erhoben. Das hat Kaiser Ferdinand III. natürlich nicht aus übergrosser Herzensgüte getan, sondern weil er den Norden des Heiligen Römischen Reichs stärken wollte. Im Westfälischen Frieden zwei Jahre später wird das Erzstift Bremen als Herzogtum Bremen, Schweden zugeschlagen. Die Stadt Bremen hingegen blieb kaiserliche, freie Reichs- und Hansestadt. Schweden versuchte anschliessend militärisch gleich zweimal, die Hansestadt Bremen seiner Herrschaft anzuschliessen. Erfolglos. Und diese Tradition ist beachtlich. Die Stadt Bremen hat über die vielen Jahrhunderte ihre Eigen- und Selbstständigkeit nur zweimal verloren. Kurze Zeit unter Napoleon und später unter den Nazis. Ansonsten konnte sich Bremen die Eigenständigkeit bewahren. Ganz egal, ob gegen das geistliche Erzstift Bremen oder gegen Schweden. Territorial und geografisch waren die Jahre 1803 und 1939 besonders wichtig. Das Jahr 1803 und was in diesem Jahr geschehen ist, wissen wir natürlich, denn der Reichsdeputationshauptschluss war schon einige Male Thema bei verschiedenen Gebieten und Beiträgen. Bremen war nicht nur seit Jahrhunderten eigenständig, mit kleinen Unterbrechungen unter Napoleon und den Nazis, sondern auch Mitglied jedes deutschen Staates oder Staatenbundes der jüngeren Geschichte. Bremen war Mitglied des Deutschen Kaiserreichs von 1871, Mitglied des Norddeutschen Bundes von 1866, Mitglied des Deutschen Bundes von 1815 und 1949 auch Mitglied der Bundesrepublik Deutschland. Diese Karte zeigt nicht die Bundesrepublik von 1949, denn im letzten Beitrag haben wir gelernt, dass das Saarland nicht von Beginn an mit dabei war. Und einige Bundesländer sahen damals auch noch anders aus. Nur um zu verdeutlichen, dass Bremen kontinuierlich zu allen deutschen Staaten gehörte. Jetzt bleibt aber die Frage mit Bremer Hafen. Warum besteht die freie Hansestadt Bremen aus zwei voneinander getrennten Teilen? Also, mit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika 1776 begann auch für Bremen der transatlantische Handel. Nicht nur mit Nordamerika, sondern auch mit Westindien und Ostasien. Und für diesen transatlantischen Handel war der Zugang zum Meer natürlich wichtig. Die Weser, also der Fluss, der die beiden Teile verbindet, begann jedoch zunehmend zu versanden und für Bremen wäre es eine Katastrophe gewesen, diesen wirtschaftlichen Zugang zu verlieren. Ein Nothafen des Königreichs Hannover sollte 1827 die Grundlage für Bremer Hafen werden. Dafür maßgeblich verantwortlich war der damalige bremische Bürgermeister Johann Smit. Der Zugang zum Meer war für Bremen mit diesem Hafen also gesichert. Der darauf folgende Aufschwung ließ Bremer Hafen anwachsen. Bis Bremer Hafen aber so aussah wie heute, sollte noch einige Zeit vergehen. 1924 wurde Geste Münde und Lehe zu Weser Münde vereinigt. 1939 wurde Bremer Hafen dieser Stadt angegliedert. Und erst 1947, als sich Bremen innerhalb der amerikanischen Besatzungszone zusammensetzte, wurde Weser Münde und Bremer Hafen vereint und in Bremer Hafen umbenannt. Und natürlich Teil des Landes Bremen. Somit haben wir 1947 die Gründung des Landes Bremen und 1949 die Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Land Bremen. Die Hansestadt Bremen war vom Zweiten Weltkrieg besonders stark betroffen. Der Hafen wurde zu etwa 90 Prozent, die Stadt zu etwa 60 bis 70 Prozent zerbombt. Und da sind 173 Luftangriffen. Die Luneplatte, verzeiht mir, falls ich das falsch ausspreche, gehörte bis Ende 2009 grösstenteils zu Niedersachsen. Seit 2010 gehört dieses Gebiet komplett zu Bremer Hafen. Gleich zum Namen. Weshalb wird hier der Hafen mit V geschrieben? Das ist Niederdeutsch, besser bekannt als Plattdeutsch. Das haben wir im Norden Deutschlands einige Male, dass Städte mit Hafen im Namen mit V geschrieben werden. Das knüpft ans Niederdeutsche, ans Plattdeutsche an, das wir uns nachher noch etwas genauer angucken. Der Name Bremen bezieht sich auf die geografischen Gegebenheiten der Stadt. Wie etwas früher bereits angesprochen, wurde das Gebiet Bremens auf der 20 bis 30 Kilometer langen Bremer Düne errichtet. Das altsächsische Bremo bedeutet in etwa Rand oder Kante und bezieht sich wohl auf den Standort der Siedlungen auf dieser Düne. Das Wappen von Bremen ist hochinteressant, vor allem, welche Widersprüche darin stecken. Das Bremer Wappen, der Bremer Schlüssel, ist schon ziemlich alt. Urkundlich erwähnt wurde er schon im frühen 13. Jahrhundert. Und dieser Wappenschlüssel ist, genau wie bei einigen Schweizer Kantonen, ein Attribut Petri, ein Zeichen der heiligen Verehrung. Früher wurde auf dem Bremer Siegel der Schlüssel noch von Petrus gehalten. Petrus ist im Übrigen auch der Schutzpatron des Bremer Doms. Und dieser Schlüssel symbolisiert heute in erster Linie keine Verbundenheit zum Glauben, sondern eher das Gegenteil davon, gerade weil die Stadt Bremen ihre Eigenständigkeit gegen die Kirche behaupten musste. Die Krone wurde dem Wappen erst im 17. Jahrhundert aufgesetzt. Und das als Symbol für die Eigenständigkeit der Stadt, eben weil Bremen die meiste Zeit seiner Geschichte keinem Reichsfürstentum unterstand. Die heraldische Symbolik zeigt hier also etwas, wovon Bremen verschont geblieben ist. In einer ganz ähnlichen Tradition steht der Bremer Roland. Eine 1404 errichtete Statue auf dem Bremer Marktplatz vor dem Brathaus. Dieser Roland soll ein Neffe Karl des Großen gewesen sein und trägt das Wappen des Heiligen Römischen Reichs. Als Symbol für den Kaiser, der der Stadt Freiheiten und Eigenständigkeit garantierte. Die Farben Weiss und Rot waren die Farben der Hanse. Neben dem Namen führt die Freie Hanse statt Bremen also auch noch die Farben der historischen Hanse. Die Flagge Bremens, umgangssprachlich die Speckflagge, die mit ihren rot-weissen Streifen an das Muster von Speck erinnert, ist historisch nicht eindeutig herleitbar. Da farbige Darstellungen erst sehr spät nachweisbar sind, könnte es durchaus möglich sein, dass die Farben der Flagge auch auf die Hanse zurückgehen. Möglich wäre aber auch, dass die Flagge schon immer rot und weiss war und sich auf das Reichsbanner des Heiligen Römischen Reichs bezieht. Und weil die freie Hansestadt Bremen nur aus zwei Stadtgemeinden besteht, gucken wir uns gleich noch das Wappen von Bremerhaven an, weil es mir auch einfach wieder sehr gut gefällt. Das Wappen stammt aus dem Jahr 1947 und zeigt ein rotes Hanseschiff. Auf den Segeln sehen wir die Wappen der drei unabhängigen Städte, die zu Bremerhaven vereint wurden. Der Fisch symbolisiert, wenig überraschend, gemeinsam mit dem Schiff die Bedeutung Bremerhavens als Hafen- und Fischereistandort. Das Landesparlament in der freien Hansestadt Bremen heisst bremische Bürgerschaft. Und hier haben wir gleich noch eine politische Einzigartigkeit. Auch in der Wahl zu diesem Parlament gibt es eine Sperrklausel von 5%. Die BIW, die Bürger in Wut, ja, die heissen wirklich so, haben nur 2,4% erreicht, sitzen aber dennoch in der bremischen Bürgerschaft. Wie geht das? Die Sperrklausel gilt in der freien Hansestadt Bremen nicht auf Landesebene, sondern auf Stadtebene. In der Stadtgemeinde Bremen haben die Bürger in Wut, ja, die heissen wirklich so, nur 1,6% erreicht. In Bremerhaven hingegen 7,4%. Und damit haben sie die Sperrklausel geknackt. Eine Sperrklausel auf Gemeindeebene. 15 der 84 Sitze werden von Bremerhaven gestellt, die anderen 69 von der Stadt Bremen. Ebenfalls hervorzuheben wäre die Landesverfassung. In der ist festgehalten, dass die Menschen in Bremen nicht nur die südliche Pflicht zur, sondern auch ein Recht auf Arbeit haben. Vor allem das Recht auf Arbeit liest sich fortschrittlich. Bewerten wir diesen Artikel aber erst einmal als Vision, denn das Land Bremen hat die höchste Arbeitslosenquote aller Bundesländer. Im Übrigen haben im Land Bremen auch alle Menschen ein Recht auf eine Wohnung. Wie das Land in dieser Frage dasteht, kann ich nicht beurteilen, denn nach Ländern aufgeschlüsselte Zahlen von Wohnungs- und Obdachlosen gibt es nicht. In der Stadt Bremen leben etwa 566.000 Menschen, in Bremerhaven etwa 113.000. Im gesamten Bundesland also knapp 680.000. Damit ist die freie Hansestadt Bremen nicht nur Flächen, sondern auch bevölkerungsmässig das kleinste der 16 deutschen Bundesländer. Jetzt habe ich bereits das Niederdeutsch, das Plattdeutsch angesprochen. Und es lässt sich natürlich darüber streiten, ob das eine Sprache oder ein Dialekt ist. Die Bundesrepublik Deutschland nimmt uns diese leidige Debatte netterweise ab. In Deutschland werden sechs Minderheitensprachen geschützt. Die Regionalsprache Niederdeutsch fällt ebenfalls in diese Kategorie. Das Plattdeutsch ist nämlich vom Aussterben bedroht. Das ursprüngliche Bremer Platt ist laut einigen Quellen zumindest bereits komplett ausgestorben. Das Niederdeutsche oder eben das Plattdeutsche gibt es in ganz verschiedenen Dialekten, die sich je nach Region stark voneinander unterscheiden. Deswegen hören wir uns stellvertretend für die gesamte Regionalsprache Plattdeutsch an, wie das klingen kann. Moin Moin, ich bin Christiane Ehlers. Ich bin hier in den Snor, das ist in Bremen. Und hier, das ist das Institut für Niederdeutsches Brock. Niederdeutsch? Plattdeutsch? Was ist das ähnlich? Wo kein Snack dat und was hat das mit das Institut ob sich? Wird wir mal noch kicken? Na, ich nehm sie mit. Hier, da sind wir nur in der Bibliothek von dem Institut. Da ist, ja, ähnlich ist das so was als das Hart. Hier sammelt wir alles, was ob und er war Plattdeutsch-Rämen, was. Das sind so, na, irgendwie 25.000 Böker, die wir hier habt. Nicht bloß Böker, auch CDs. Musik gibt das ja auch Plattdeutsch. Ja, hier gibt das alles. Hier tun wir es, Böker. Da gibt es Kinderböker. Da gibt es Fällen, das kennt ich sogar alle. Asterix. Hier gibt es immer auch Platt. Auf Untertitel habe ich verzichtet, weil ich glaube, diese Form von Platt verstehen wohl alle, gerade im Kontext der Bilder. Auch ein wirklich toll gemachtes Video, das ich euch in die Infobox packe, erklärt einfach und prägnant die Unterschiede zwischen Platt- und Standarddeutsch. Ebenfalls verweise ich auf das Institut für Niederdeutsche Sprache. Dort gibt es ganz verschiedene Hörproben, die auch wahnsinnig eindrücklich zeigen, wie vielfältig diese Sprache ist. Einige Plattdeutsche Dialekte verstehe ich als alemannisch-bayerischer Mensch problemlos und kann dem Inhalt folgen. Bei anderen Dialekten verstehe ich, wenn es hochkommt, vielleicht 10%. Für die restlichen Bundesländer, in denen Plattdeutsch gesprochen wird, werde ich höchstens noch diesen Umstand erwähnen, dass eben Niederdeutsch besonders geschützt wird. Und was wäre ein Beitrag über Bremen ohne die Bremer Stadtmusikanten? Ich glaube, diese Geschichte gefällt uns allen. Vier alte und abgearbeitete Tiere haben einen Traum, halten in diesem Traum zusammen und schaffen es am Ende, die Räuber in der Hütte zu vertreiben und sich eine neue Heimat zu schaffen. Ein wenig wie Bremen selbst, das sich Jahrhunderte als eigen- und selbstständige Stadt behaupten musste. Gegen den Klerus, gegen äussere Widrigkeiten, gegen Schweden, ja sogar gegen die Versandung der Weser und damit gegen eine wirtschaftliche Bedrohung. Und irgendwie hat es dieses Bremen geschafft, all diese Widrigkeiten zu meistern und fast ohne Unterbruch eigenständig und frei zu bleiben. Und noch heute ist diese freie Hansestadt Bremen einzigartig als Zwei-Städte-Staat der Bundesrepublik Deutschland. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.